herzlich willkommen zu einer weiteren folge minecraft moneymaker auto ist auch endlich wieder dabei also würde ich sagen es geht ab ins video ich habe 19 ab gemacht innerhalb ja 19 aber umwetter das bedeutet mein zeugs hier ist noch 117 also konnte ich dann habe ich 184,45 ab ich würde die effekte eigentlich lassen also ich bin jetzt erst mal aktiviert effekt aktivieren und maximal verbessern wie viele 50 menschlich gesehen ziemlich abstoßend ich müsste jetzt mal kurz gucken ob wir da irgendwelche sachen fehlen und dann habe ich eine cash ist genauso viel wie die produktion kann ich mir jetzt noch ein boost und wir haben beide eine tagsaufgabe damit erledigt hat nichts gemacht egal ist habe ich kühle in der ganze zeit wo wir jetzt in der miene waren und wo habe ich nur ein ab hier gemacht maximal verbessern also ich habe immer noch ein arm mehr in der produkte ich bin sie gerade schnitt und merke otto brüllt hier nur rum mal wieder hier die effekte sind teilweise wieder breit ok was ich jetzt machen würde ist den hier ich kaufe erst mal ein paar ich sag es ehrlich oder 25 ertrag das passt ja dann machen wir den da also jetzt sind alle perfekt aufgerüstet am meisten verdient hat es glaube ich jetzt nicht so viel gebracht ich weiß nicht wie viel sonst verdient haben ist schon mal gut so arbeit besser besser jetzt sind die auch mal wieder besseren ist könnte ich die produktion noch mal ins unendliche eigentlich abgehenden also der nächste minenarbeitsplatz wird gekauft oder freigeschaltet der nächste kostet 490 ab egal wir konzentrieren uns jetzt erstmal darauf wie viel geld hast du 54,2 gerinkverdiener ich habe eine ich will 233 million habe aber das ist jetzt eine andere sache ne ich mache gerade eben mit meiner produktion 15,7 7a mal weil ich sie auf und dann musst du endlich weil ich will endlich mal mittags essen haben wollte ich bin in den keller eingespürt und evs aufhört auf youtube zu sagen jetzt werde ich noch gebannt wegen dir ich bin ich nehme dann finde ich bei mir zu hause nicht bei edi ja ich will das alles hier freiwillig und mit sehr viel spaß ja sehe ich auch so ich sie rechts ich habe alles mal wieder ein bisschen abgegradet wir werden jetzt also ich werde jetzt offline gehen vom server und dann wird bald für die nächste folge mich wieder einloggen oder gucken wir mal wie viel wieder verdient mein aktueller binarbeiter der ist auch noch nicht so krass die müssen auch noch abbilden also habe ich für die nächste folge sind mehr viel zu tun zu produzieren wieder müssen leute das war es jetzt mit dem video ich hoffe es hat euch gefallen lasst du mal ein leichter abo und schaut die anderen folge nochmal an oder schaut euch die nächsten folge an die werden auch wieder sehr action reich das war es jetzt auf jeden fall